Hi, ich bin der Mikael Fraude und heute ist es endlich soweit, wir spielen die YouTuber Insel 3, Leute, ich bin gehypt, ich hoffe ihr seid gehypt, ihr seht schon hier im Hintergrund, die ganzen YouTuber sind alle mit am Start und hier seht ihr auch nochmal alle aufgereiht, Leute, ihr könnt jetzt gerne pausieren und kurz gucken, weil es dabei ist. Freunde, wenn ihr Bock darauf habt, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, ich hab ein bisschen hustet, ich bin ein bisschen krank und wir gehen rein, let's go. Bro, Alter, es gibt hier, ja, 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 Max, ich bin da, ich bin da, ich baue die Bau ab. Ey, sollen wir zusammenhalten hier gegen die Dinos und sowas? Bro, können wir machen. Hä, es gibt Dinos? Ja, es gibt Dinos, wir sind Höhlenmenschen, wir sind gerade im Steinzeitalter. Bro, und im Holz mit. Oh mein Gott, ich nehme auf jeden Fall Holz mit und hier ist eine Kuh, ich werde die Kuh auf jeden Fall holen. Wichtig. Ey, Alfie. Nein, nein. Alfie ist auch da. Alfie, Alfie. Ey, das ist mein Essen, Alfie. Aber ich hab das Leder bekommen. Hey, Alfie. Alfie. Lass mich. Alfie, komm her, gib mir das Essen. Ich lass dich in Ruhe. Ich lass dich dann in Ruhe. Ich lass dich dann in Ruhe. Gib mir das Essen. Alter. Okay. Max. Ey, hier ist einfach Puderschnee. Alter, du bist so ein ehrenloser Alfie. Hast du noch Holz, hast du noch Holz, Bro? Ich hab noch Holz, ja, liegt, 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 liegt. Drop mal, drop, drop, drop. Ich mach Schwert, ich mach Schwert, dann killen wir ihn, dann killen wir ihn, wenn er wiederkommt. Bro, er soll erst erstmal wegbleiben. Oh mein Gott. Ey, diese Ziegen droppen diese seltenen Hörner. Vielleicht nehmen wir direkt mal welche mit auf Glück. Oh mein Gott, auch wichtig, Bro. Sehr, sehr wichtig. Ah, und Schafe. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott. Alter, Leute, ist das so krass. Äh, MBK, lass mal Gruppe machen, lass mal Gruppe machen. Ja, 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 ja. Machst du eine? Ja, ich mach eine. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. So, äh, Gruppenname ist Max, einfach, keine Ahnung. Okay, okay, okay. Let's go, let's go. Okay, jetzt sind wir hier schön unter uns. Lass erstmal direkt, ich klopp hier ein paar Ziegen weg. Ich auch, aber die droppen nichts. Äh, keine Ahnung. Dann, ich lass sie direkt Tiere in der Mitte holen. Lass sie direkt, damit die anderen die nicht kriegen. Oh mein Gott, Leute, es geht hier wirklich so krass ums Überleben. Ich glaub, ihr checkt noch gar nicht, was hier abgeht. Es gibt hier wirklich Dinosaurier, Leute. Wir sind hier komplett in der Steinzeit. Das Überleben wird richtig schwer. Und jede Woche bekommen wir hier neue Updates, bis wir irgendwann in der Zukunft sind. Also, das ist hier komplett Evolution, Leute. Oh mein Gott. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Kill, alles, kill, alles. Warte, wir brauchen unbedingt Stein. Unbedingt Stein, Max. Wie viel Holz hast du noch? Ja, 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 safe. Äh, Bro, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Nein, hast du... Warte mal. Bro, Bro, lass mal irgendwo hinlaufen, wo erstmal Bäume sind. Ja, erstmal weiter weg, erstmal weit weg vom Spawn hier. Hier, erstmal weg hier, erstmal weg hier, erstmal weg hier. Okay, sehr gut. Ich hab jetzt auch schon mal ein bisschen Fleisch. Ich hab auch einen... Bro! Was denn? Wow! Da ist ein Riesendino. Ey, wofür mal. Da ist ein Riesendino. Ich glaub... Was ist das denn? Aber warte mal, ich glaub, das ist ein Pflanzenfresser. Ich glaub, das ist ein Pflanzenfresser. Bro, hörst du allein diese Schritte, die der macht? Ich glaub auch, das ist... Richtig laut. Bro, aber nein, lass weg. Ich vertrau dem Ding nicht. Ich vertrau dem Ding nicht. Tschüss, Littlefoot. Bro, was sind das für Sounds, die die Dinger machen? Oh, hier ist doch eine Ziege. Hey, das ist crazy, das ist crazy. Schade. Das ist wirklich crazy, was hier abgeht. Lass mal wirklich irgendwo so eine Höhle bauen. Also, wir machen das wirklich wie die Höhlenmenschen. Wenn wir uns jetzt erstmal irgendwo einen Unterschlupf bauen... Du musst aufpassen, ne? Oh, das ist ein Pulschen. Wegen Pulverschnee, Max. Wenn du untergehst, bist du down. Echt? Ja, 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 ja. Dann erfrierst du. Bro, hier sind richtig viele Bäume. Hey, hier sind welche. Aber wir sind zu schwach zum Fighten, Bro. Ja, 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 ja. Das lass wirklich erstmal... Oh, äh, Bro, warte mal. Was ist das für ein Geräusch? Ist doch irgendein Dino. Irgendein Dino ist irgendwo hier. Das ist irgendein komisches Dino-Geräusch hier. Okay, ich baue kurz den Baum ab. Ja, äh, okay. Ein bisschen Holz holen. Und dann... Alter! Ich würde auch sagen, lass erstmal hier weit weg. Lass mal hier rüber schwimmen. Ja, ja, ja. Bro, hier ist Kohle. Hier ist auch Kohle. Ich sehe dich nicht. Ich habe dich verloren. Nein, nein, nein. Ich bin hier in den Fluss runter. Ich bin hier unten im Fluss. Ah, okay. Ich komme, ich komme, ich komme runter. Ich komme runter. Okay, die sind aber auf der anderen Seite zum Glück. Da unten sind irgendwie Raptoren oder sowas. Die sind auf jeden Fall gefährlich. Ich glaube, Raptoren sind Fleischpresser, Leute. Ich nehme Werkbank mit. Und hier sind Fische, Max. Wollen wir die mitnehmen für Essen? Äh, Bro, ich glaube, alles, was wir an Essen finden, ist gut. Ich glaube, wirklich alles ist gut, was wir an Essen finden. Ja, ja, ja. Okay, komm mal erstmal hier rüber. Ich bin drüben. So, okay, okay. Ich laufe hier ein bisschen weiter. Oh, mein Gott. Bro, hier ist perfekt. Hier ist perfekt für uns. Ich weiß nicht, wo du bist. Bro, du checkst nicht, was ich gefunden habe. Was denn? Bro, hier ist Kies. Damit kann man sich Speere machen. Was? Dann kann man sich doch Speere machen. Und ich habe Kohle, Max. Wir müssen es ganz kurz aufteilen. Ja, äh, okay, 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 okay. Okay, warte mal. Ich mache jetzt erstmal eine Pickaxe. Oh, mein Gott. Wir werden uns jetzt hier in Speer ausrüsten. Und dann werden wir auf Dinojagd gehen, Bro. Wir werden hier direkt die krassesten Höhlen. Soll ich dir Steinmaterialien mit alles besorgen? Werkzeuge, alles? Äh, alles gut. Ich habe hier Stein. Bro, eigentlich müsstest du mal zu mir kommen, weil hier haben wir wirklich gerade alles. Ja, okay, ich komme. Warte. Weißt du, wo ich bin? Nee, ich brauche immer die Koordinaten gleich. Koordinaten sind minus 270 und minus 380. Minus 270, minus 380. Okay, ich komme. Ist nicht weit entfernt von dir. Okay, erstmal schnell Steinloot machen. Ey, Leute, ich bin aber so gehypt auf dies. Was ist los? Da ist Ente. Warte, ich muss kurz... Oh, mein Gott, ich muss zu Max. Nicht, dass Max direkt angegriffen wird. Ich brauche noch ein Pickaxe. Einen Stein. Einen Stein brauche ich jetzt noch. So, zack. Jetzt habe ich schon mal alle Sachen beisammen. Oh, nee, ich brauche hier... Oh, Leute, jetzt fettfänger ich gerade. Äh, zack, zack und zack. Ab in den zweiten Slot, Leute. Alles mitnehmen. So, minus 270. Minus 270. Max ist hier irgendwo. Warte mal. Du bist unser Haustier, dann mach einmal Wurf. Wurf, 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 wurf. Braves Haustier, okay, sehr gut, dann bleib hier, du darfst mitmachen. Häh? Wer hat da gerade... Juhu! Wer hat da gerade gebellt? Ey, ich habe Ente als Gefangenen genommen, MDK. Wirklich? Ja. Ente, bist du ja noch nett? Oh, mein Gott. Ich bin nett, ich habe CB erledigt, ich habe CB erledigt. Du hast... Jungs, 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 lass Gruppe machen, Jungs, lass Gruppe machen. Ja, ganz wichtig. Ich mache eine, die, äh, äh, PB, ich nenne einfach PB. Okay, 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 rein, rein, rein. So, okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aber warum hast du Timmy schon erledigt? Was passiert? Ich habe die CB gestresst. Ey, Jungs, 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 weil wir die Paulberger Neandertaler sind. Ich werde euch jetzt was schenken. Als kleines Freundschaftsding. Was denn? Paul? Das bedeutet aber, dass wir Freunde sind. Okay. Passt auf, ich habe einen Speer gecraftet. Bro! Komm her! Ente! Hä, was? Alle drei haben jetzt Speere. Der hat einen neuen Angriff. Oh mein Gott, ich habe den ausgeworfen. Wo habe ich den hingeworfen? Nein. Ich habe meinen weggeworfen. Wie cool ist das? Alter, warte, aber wir dürfen nicht testen, wie viel die Schaden er macht an uns. Zuckerrohr! Oha, wichtig, 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 Bro, wichtig, wichtig. Ente, Ente. Äh, nee, alles gut, okay. Ganz wichtig. Bro. Ich habe meinen Speer weggeworfen. Nein. Aber alles gut, ich mache mir schnell einen neuen. Alles gut. Ey, Leute, das ist übel krass. Wir haben jetzt schon Speere. Leute, wir können gleich auf Dino-Jagd gehen. Ey, warte, hast du die gerade weggeworfen? Kann man die werfen? Man kann die werfen. Ich habe das nicht nur noch irgendwo hingepfeffert. Alter. Ey, und wir müssen Kühe suchen, ne? Wir müssen Kühe suchen für Rüstung. Stimmt, Lederrüstung. Ja. Lederrüstung, ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, Jungs, Speer. Ey, kommt mal bitte alle, kommt mal bitte neben mich. Ja, ja, ich komme. Ich will das selber. Aber Ente. Mit Rechtsklick, guck mal, mit Rechtsklick so. Nicht auf mich fersen, nicht auf mich fersen. Oh mein Gott. Okay, lass mal hier nebeneinander stellen. Und alle Speere um. Alle Speere um. Warum bellt ihr? Ich kann nichts anderes. Wie, du kannst nichts anderes? Ich dachte, wir machen das so. Ich dachte, das ist so ein Ding hier bei uns. Ich finde auch, dass es cool ist. Man sollte einfach bellen. Okay, aber ich mache mir jetzt mal hier noch komplett Steinsachen. Sollen wir uns mal einen kleinen Unterschlupf zusammen machen? Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, das ist gut. Was meint ihr? Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Aber warum wir uns eine Höhle suchen und eine Höhle bauen? Lass uns mal direkt einen Unterschlupf machen. Aber dann lass uns ein bisschen weiter weglaufen. Oh Gott, jetzt wird es hier auch. Habt ihr es? Für mich freundlich. Geh kurz Fische fahren. Fische? Nee, wir müssen auch einen Ofen machen. Holzkohle. Kann jemand Holz brennen? Ich habe schon Ofen. Zwei Stück. Geh kurz Fische fahren. Ja, ich gucke gerade. Ich hole Baumstämme. Wo hast du die Werkbank hin? Die ist hier, sorry. Hier, zwei Stück sogar. Ich fahre mit Holz. Ich fahre mit Holz. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich komme auch, ich komme auch. Ey, Leute, wir müssen uns eine richtig krasse Base bauen. Man weiß ja nie, ob die anderen vielleicht irgendwie feindlich zu uns sind oder so. Ey, ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr sprinten. Nein. Bro, du musst Fische fahren. Fische fahren. Warte mal, ich habe Fleisch. Hast du nichts zum Brennen? Ich habe, ich habe, doch, doch, Fleisch habe ich. Doch, 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 doch. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich brenne das jetzt einmal ganz kurz. Und soll ich, soll ich Holzkohle machen? Äh, wir haben eigentlich alle, oder? Holzkohle wird eigentlich schon lohnen zu machen, sage ich ehrlich. Ich glaube ja, ich glaube ja. Oh mein Gott, wir haben hier voll Steinsachen. Perfekt, perfekt. Oh mein Gott, nice, nice, nice. Ey, Speer ist, glaube ich, die stärkste Waffe, ne? Das macht neun Angriffsschaden. Bro, das ist krass. Vor allem, wir haben ja alle noch keine Rüstung. Eigentlich will ich es mal ausprobieren, aber... Wo, wo war es, Aiti? Ganz entspannt bleiben. Du hast dich hier mit den Paulberger Neandertalern angelegt. Soll ich mit den Spendern noch vor, oder? Ja, wir arbeiten noch. Was ist aus der Gruppe raus? Aus der Gruppe, Alter. Ich habe doch gar nichts gemacht. Aiti, mit wem bist du? Aiti, was willst du hier? Gib uns alle deine Sachen jetzt. Uga, 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 Uga. Gib uns deine Sachen. Gib uns deine Sachen. Oh, 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 oh. Okay, ciao. Fack den, fack den, hinterher, hinterher. Aiti, gib uns deine Sachen. Hinterher, fack den, hinterher. Sag nicht, sag nicht, sag nicht. Aiti. Ey, ist nicht euer Ernst. Aiti. Aiti. Gib uns deine Sachen. Gib uns deine Sachen. Aiti. Hey, hier ist sein... Hier ist sein Kopf. Der Arme, ey. Oh mein Gott. Warte mal. Jungs, wir müssen uns unbedingt mal fackeln. Ich mache jetzt uns erst mal fackeln. Alter. Oh, war der stack, Bro. War der stack, Bro. Was hatte der alles? Der hatte gar nichts. Holz Equipment. Warum war der stack, der Ente? Hey, ich dachte, wenn er für mich gedroppt ist. Nein, gar nichts. Jungs, wir machen uns jetzt hier unser Basislager. Unser Basislager. Hier ist schon ein Magd, das ist direkt am Spawn, ne? So. Guck mal, Jungs, ich drop euch mal fackeln, damit es nicht so dunkel bei euch ist. Oh, oh, danke dir. Schnappt euch die mal. Ey, ey, ey. Hier, zack. Bau dir einfach eine von denen ab, hier, Ente. Ja. Guck mal, Leute, checkt ihr, wie weit wir sind. Wir haben schon das Feuer hier entdeckt. Wir sind voll schnell in der Evolution. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind auch die Besten gerade, sag ich ehrlich. Wir sind safe die Besten. Aber wir müssen das natürlich auch so halten, deswegen müssen wir weiter hustlen, Jungs. Aber wollen wir nicht weiterziehen? Oder willst du wirklich hier bauen? Ich finde das gar nicht mal so schlecht hier, die Location, um ehrlich zu sein. Soll ich jetzt schon mal anfangen, eine kleine Höhle zu bauen? Ja, wir können uns ja hier irgendwo jetzt einen Unterschlug bauen, finde ich eigentlich cool. Ja, okay, okay. Wir können dann unser Basislager machen. Okay. Schau mal, alleine, bro, weißt du, was ultramächtig hier ist? Dieses Kiesvorkommen, MBK. Das Kiesvorkommen. Das ist halt echt richtig viel. Wir haben quasi unlimited Speere. Checkt ihr das? Das ist eigentlich richtig. Wie crafting Speere, wie crafting Speere. Da machst du einfach wie eine Angel so ein bisschen. Du machst so diagonal zwei Sticks und dann oben rechts in die... Leute, das ist so krass, was gerade hier abgeht. Ihr seht gerade, ich habe gerade schon den ersten Kill gemacht. Ich habe gerade gar nicht... Ich habe gerade gar nicht realisiert, dass ich gerade IT getötet habe. Ich habe einfach IT getötet. Er war einfach unschuldig. Er war unschuldig. Es tut mir leid, IT. IT, wenn du das siehst, es tut mir leid. Mensch. Schau mal schön was. So. Ich würde mir jetzt ein paar Schaufeln craften. Was üblich davon, bitte. Ja. Ich crafte mir jetzt ein bisschen Schaufeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Jungs, ich habe fünf Speere auf Lager. Ach, was? Du bist doch erst vor Regeneration. Ja, ich habe ein bisschen Essen. Bro, ich kann so viele Speere auf den Dino werfen. Ich bin fullstacked mit Speeren. Übel strong. Sehr, sehr strong. Okay. Ich baue jetzt hier unsere Höhle. Okay, nice. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Das ist eine gute Location für eine Höhle zu bauen. Wobei, hier ist nicht so ein Team. Ein Feind, ein Feind. Hä? Wo? Ein Fein! Jungs, Jungs, macht euch bereit, hier ist jemand, der zu uns kommt. Ich hab nichts, ich hab nichts, sorry, ich hab was hier. Huga, Uga! Hey Leute, Leute, wir können über alles reden, ja? Timmy! Was habt ihr denn da in der Hand? Oh mein Gott, wir sind der Uga-Uga-Klamm. Warte mal, du hattest eben gerade ein Problem mit Ente. Ente, sag! Ja, Ente, hier, ich geb dir mein Schwert, ja? Hast du Essen, hast du Essen, Timmy? Gib uns dein Essen, dein Essen! Nur Holz und Steine, ja? Was? Ja, aber ich kann für euch essen, oh! Wir nehmen alles! Ich kann für euch arbeiten, tötet mich nicht wieder! Sollen wir ihn am Leben lassen? Ich weiß nicht! Ich will echt essen wie ihn einfach! Oder wir essen ihn auch! Wir essen dich! Nein, ich hab doch Familie! Okay, warte, wir kennen Timmy! Jungs, wir können ihn ja, sollen wir ihn gehen lassen? Ja, ich glaub, er bringt uns auch nichts. Ich glaub, er bringt uns nichts. Nimm dich Schwert dann wieder zurück! Ja, wie bringen dir nichts, ey! Du wirst schon sehen, ich werd dir noch einige Sachen bringen! Nimm dir zurück! Gute Sachen, gute Sachen! Ich werd dir Essen bringen! Ja, okay! Ja! Gut, dann lass wir da zurückgehen, Jungs! Oh, Jungs, guck mal, was hier... Das ist der perfekte Spot hier, guck mal hier unten! Wow! Oh mein Gott! Das ist perfekt! Hat jemand die Koordinaten von unserer Base gemerkt? Oh nein! Ja, das ist ja einfach hier über den Berg. Aber da war doch eh nichts mehr. Lass hier aufbauen! Lass hier eine richtig krasse Höhle reinbauen! Ja, okay! Okay, da bin ich dabei! Ich tue die ganze Kohle mit! Aber wir brauchen Kühe, ne? Wir brauchen eigentlich... Können wir hier reinholen! Pass mal auf, wir machen hier... Ich mach hier so den Boden zu! Ja! Wir machen hier so den Boden zu, werden hier alles ausleuchten, dann wird das hier unsere Base hier! Oh! Ja, das wär heftig! Oh mein Gott, das wär echt richtig gut! Oh mein Gott, das ist hier wirklich ne perfekte Base! Dann haben wir hier nämlich wirklich wie so Höhlenmenschen! Leute, das hier wird ne richtig schöne... Aber, 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 wenn wir jetzt zu dritt unterwegs sind, wie heißen wir? MBK und die Gefährten? Also ich hab uns grad den Uga-Clan genannt, aber ich weiß nicht, ob das so nice ist. Uga-Clan? Uga-Clan? Weil wir immer Uga-Uga machen, weißt du? Ich glaub, das ist cool! Und so wie Höhlenmenschen! Der Uga-Uga-Clan! Uga-Uga-Uga! Uga-Clan! Ja, will ich auch da! Der Uga-Clan! Alter, wie viel Kohle hier ist, Leute! Ich glaub, das ist richtig stark! Okay, nice! Dann lass mal jetzt hier alle richtig viel Farmen, Leute! Ja, ich farm hier grad schon! Zack! Ey, das ist so krass! Checkt ihr das! Es gibt einfach noch kein Eisen! Das Beste, was man aktuell, glaub ich, kriegen kann, ist ein Speer! Und Kohle! Und eine Lederrüstung! Speer ist Meter! Ja, Speer und Kohle halt, ne? Speer ist Meter! Guck mal, ein Schwert macht 5 Antis Staden! Ich habe mich mal ein bisschen um Kohle gekümmert. Ich habe ja schon 40 Kohle. Oh, stark, sehr stark. Du kannst schon mal Öfen aufstellen. Du bist der Öfenbeauftragte. Ja, das Ding ist, ihr habt doch Cobblestone oder nicht? Weil ich habe jetzt eine ganze Kohle. Ich habe nicht einen Cobblestone. Ja, warte, ich habe hier den Boden gemacht. Ja, ich farm sonst, ich farm sonst. Oh mein Gott, von IT. Oh mein Gott. Ich nehme jetzt hier die ganze Stein, das ganze Stein noch mit, Leute. Sehr super. Da können wir dann nämlich hier gleich unsere Pflanzen hier anpflanzen. Oh, das stimmt. Oh, das ist richtig strong. Man kann ja auch noch keinen Eimer machen. Guck mal, dann zack, machen wir hier so eine Linie und dann können wir nämlich hier unsere Sachen anpflanzen. Alter. Guck mal, wie wichtig das ist. Bro, Max, einmal Profi geworden. Ohne Eisen, das sind alles Sachen, die man bedenken muss hier. Einfach Profi geworden. Stark, stark, stark. Das ist echt richtig stark. So, fahren wir jetzt hier weiter Cobblen. Wir werden hier einmal kurz die Base ein bisschen aufbauen und dann gehen wir gleich erstmal auf Dino-Jagd, würde ich sagen. Ja, bin ich auch dabei. Let's go. Okay, Ent hat anstatt Feinde gesehen. Wo denn? Da. Da wollen es Stani und Timmy ist. Die werden sich was stärker gesucht. Oh Gott. Was? Der ist bestimmt jetzt richtig sauer auf uns. Und Ent, ey, nein, warte. Hä? Stani! Mit dem Stani. Wie mit dem kleinen Timmy? Okay, warte, Jungs, lass mal rüber. Oh, das hat sich mit dem kleinen Timmy geärgert. Oh, ey. Ey, Stani, mach deinen Mund nicht so. Mach deinen Mund nicht auf. Ist mir egal, ob ich drauf gehe. Hä? Hä? Äh? Alphastein? Äh? 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 Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Hier hinten ist er. Entschuldige dich, Stani. Gib uns deinen Lederhelm. Stani, gib uns deinen Lederhelm. Bro, ich seh ihn, ich seh ihn. Lederhelm, ja. Ja, er läuft weg, egal, Jungs. Oder lohnt es sich? Ah. Ich weiß es nicht. Nee, der ist schon über alle Berge, guck mal. Der ist schon über alle Berge. Ich würd sagen... Jungs! Was denn? Was ist da oben? Ich seh einen riesigen Flügel oder so. Das ist ein Dinosaurier. Pst, anschleichen, Jungs, anschleichen. Okay. Wir könnten nicht viel Essen bekommen. Wenn wir überleben? Warte mal. Das ist ein riesen Dino. Was ist das? Bro, der ist so groß. Sneaken, sneaken, sneaken. Oh oh. Oh oh, da ist ein riesen Dino. Nein, ich geh weg. Ich geh weg. Äh, es tut mir leid. Ähm, die Kate bleibt hier. Hab keine Angst. Aber... Okay. Ente, geh du mal vor. Test mal. Hey, Freunde! Hallo, wie geht's dir, Bro? Ente? Ich glaub, der ist nicht. Guck mal, man kann den Streit. Ah, ich hab ihn gehauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ente. Ich geh in die Base. Ich geh in die Base. Der ist nett. Das ist nett. Das ist nur so ein Pflanzenfresser. Ah. Was für ein Netter. Guck dir das mal an. Oh, da ist Russack. Ah. Russack, Uga, Uga. Uga, 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 Uga. Oh mein Gott. Sollen wir versuchen, den zu killen? Man kriegt bestimmt was krasses von dem. Hey, Jungs, wir werden alle drauf gehen bestimmt. Nein, 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 Max. Ich glaub, der ist so stark. Warte, wir haben keine Betten. Nichts, Max. Wenn er einen Speerangreif überlebt, können wir ja aufhören. Alle einen Speer werfen und dann abhauen. Ein Speerbruch. 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 Es hat ihn nicht wahr. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Das juckt ihn nicht mal. Hä? Jungs. Ähm. Ich glaube, der ist doch ein bisschen zu... Ah. Ähm. 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 Tschüss. 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 Wir treffen uns bei uns, oder? Ja, lass wieder zur Base. Okay, ich nehm' bisschen Samen mit. Ich nehm' Samen mit. Der ist zu crazy. Der ist zu crazy, Leute. Bro. Oh mein Gott, schade. Alter. Der war viel zu stark, Leute. So. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich Samen bekomme. Weil wir unten schon an der Base ein kleines Beet aufgebaut haben. So. Zack, zack, zack. Zack, Leute. Uh. Fünf Stück. Okay. So. Wie viele haben wir jetzt? Fünf Stück. Reicht das? Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, das reicht noch nicht. So. Ich glaube, acht Stück. Neun Stück. Zehn Stück reichen nicht. Ich werde jetzt nochmal zur Base gehen, Leute. Und, äh. Habe ich genug Holz? Ja, genug Holz habe ich eigentlich auch. Also, ich sage so, wie es ist. Da drüben ist noch Kohle. Das werde ich mitnehmen. Und ab dann. Ich habe schon eins der Kohle fast. Das ist richtig stark. Also, Real Deck ist richtig stark. Das ist ja cool. Das ist jetzt momentan mit das Stärkste. So. Und, äh. Ich guck gerade. Dangerigi. Ah, Stani hat wieder Beef mit Dangerigi. Wo seid ihr? Ich seh euch nicht. Ah, hier. Okay, der Dino ist richtig laut. Ja, Bro. Dass wir denen auch nicht mal Schaden gemacht haben. Äh, ich habe jetzt Samen mitgebracht. Zehn Stück. Ich war unterwegs. Okay, das ist sehr wichtig. Ja. Wir haben jetzt zumindest schon mal ein bisschen die Nahrung gesichert, wenn das mal wächst. Wir müssen auch eigentlich mal ein paar Monster jagen. Also Skelette, damit wir Knochenmehl bekommen und so. Wir brauchen Kühe. Stimmt. Wir brauchen Kühe. Das Wichtigste. Aber warte mal. Getreide müssen wir jetzt warten, bis die Samen wachsen. Komm. Komm. Hallo. Ja, ja. Okay. Hier können wir normal reden. Hier können wir normal reden. Ich will Alphi killen. Lass hoch. Oben ist irgendwo Alphi. Direkt Sperre auf ihn fetzen. Direkt Sperre. Warte. Okay, okay. Da ist Russik. Da ist Russik. Den ignorieren. Wir machen erst mal auf korrekt und ... Okay, okay, okay. Okay, okay. Alfie. Alfie, was ist los? Alfie, was ist los, Bro? Alfie? Alfie? Ey Jungs, er ist hier rüber. Hä? Er ist hier rüber. Alfie? Alfie. Alfie, wo bist du? Alfie, Bro? Alfie, hold up gerade. Alfie, Bro? Alfie, mein Freund, wo bist du? Wir sind nett. Alfie! Wir sind ganz nette Höhen. Der Uga-Uga-Klan ist für die Gerechtigkeit. Alter! Sagt ihr euch! Was willst du, Alter? Du enteiltiger! Hö? Was sagt was, was passiert da? Wir brauchen Fische, wir brauchen Fische. Ich auch, ja. Ich hole auch Fische. Ich glaube, die greifen ... Ich glaube, die greifen ... Die greifen nicht an. Alfie wurde ... Alfie wurde ... Alfie wurde von ihr ... Oh mein ... Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Aber Alphastein war aufrecht. Oh mein Gott. Der Uga-Stein hat es verdient. Kann es sein, dass Alfie schon am meisten gestorben ist? Baut unten den Kopf ab. Warum baut ihr den Kopf nicht ab? Oh, das stimmt, stimmt. Stimmt euch ab! Kopf muss abgebaut werden. Rechtsklick, rechtsklick drauf, jungs. Rechtsklick nicht aufbauen, rechtsklick. Oh, ein vierter Loot, ein vierter Loot! Alter, Kohle und so. Rechtsklick drauf, Bro. Okay, stark, 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 stark. Okay, 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 wieder weg, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Wir müssen jetzt echt mal die Base hier weiter ausbauen. Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt hier echt mal ... Und auf Kühe-Suche gehen und sowas. Ja, wir müssen warten, bis halt ... Das Weizen gewachsen ist, ne? Ja, stimmt, stimmt. Also, ich werde jetzt noch ein paar Erdblöcke mitnehmen für die Farm und dann noch weiter ausbreiten. Sehr gut. Wieder ein paar Erdblöcke mitnehmen. Ja. Das Krasse ist, Leute, diese Konstellation, iCrymax, MBK und Ente ist einfach die Beste, die es gibt. Sag ich euch so, wie es ist. Sag ich euch so, wie es ist, Leute. So. Noch ein bisschen Holz mit. Ja. Perfekt. Ey, das ist meines ... Was geht? Das ist meines, Ente. Spaß. Bro, das ist Fisch, ich kann gerne teilen. Ja, das war Spaß. Ich habe unten jetzt ganz viele Blöcke gebaut und so. Wir treffen uns ja gleich alle in der Base. Ente wird angegriffen. Was? Okay, wir sind alle da, wir sind da. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, der Ekliger. Du kleiner Ekliger. Bro, Alfie, wo bist du? Alfie, du hast dich mit dem Falschen gelegt. Alfie, das war dein Untergang, das weißt du, oder? Der war hier. Der war hier. Der war hier. Der wird hier irgendwo rumsneaken. Wir müssen wirklich immer zusammen. Wir müssen wirklich immer zusammen rumlaufen. Ja, 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 ja. Wir müssen hier wirklich immer zusammen. Bro, also wir sind ja schon wirklich in einer Steinzeit. Aber dass die Leute hier wie Kannibalen durch die Gegend laufen. Das ist echt krass. Er ist da vorne, er ist da vorne. Da, 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 da. Ja, aber er ist schon jetzt weg. Er ist schon ab jetzt weg. Ja. Alfie, du Ekliger, das gibt Drache. Alfie. Oh mein Gott. Stopp, stopp, stopp. Rein, 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 rein. Stopp. Rein, 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 rein. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, er ist hier vor uns, er ist hier vor uns, er ist hier vor uns. Bro. Direkt vor uns, direkt vor uns. Ich wollte pranken. Äh, 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 Alfie. Nein. Bro. Oh mein Gott, nein. Nein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Er hat nicht Max gekillt. Alter Schwede. Was geht hier ab? Bro. Ich muss hier ganz kurz das Essen rausnehmen. Hatte Max Essen? Ja. Falls er nochmal kommt für den Angriff. Hä? Okay. Drei Leder. Oh mein Gott. Okay. Ich schreibe die Koordinaten. Max, äh, msg, iCrymax. Minus. Bro. Komm her, komm her. Happy Kay, hol ihn her. Kill ihn. Ja, ist down. Ist down. Ist down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Ey, ich wollte gerade die Koordinaten schreiben. Ich wollte gerade die Koordinaten schreiben. Was geht bei ihm ab? Was geht bei ihm ab hier? Sehr wichtig, Happy Kay, danke dir. Oh. Ja, easy. Easy, easy, easy. Ich hoffe, ich habe alles... Lass die ganze... Stark, stark getankt. Alles, alles wegnehmen. Sperre wegnehmen. Alles wegnehmen, alles wegnehmen. Hier auch, hier auch. Sehr wichtig, sehr wichtig, Bro. Nein, ich habe meinen Sperre weggeschmissen. Okay, wir haben alles. Kann man Sperre werfen oder... Äh, Angriff. Auch im Nahkampf. Auch im Nahkampf. Hast du einen Sperre, Max? Oh mein Gott, ja, ich habe noch zwei. Okay. Ey, Jungs, wir müssen unbedingt auf Nahrungssuche gehen. Das ist kein Spaß. Nein, 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 Fische. Wir sind an der Quelle. An den Flüssen spawnen immer an einem bestimmten Abstand Fische. Ah. Und, äh, ja, das ist das einzige, was wir brauchen. Fische von... Ja, stimmt, da vorne sind welche. Wir können uns auch von Fischen ernähren. Ja, komplett. Das wird das beste Essen. Guter Call. Ja! Die macht man einfach in den Ofen. Wo ist Max? Ey, wir müssen zusammenble... Warte, wir müssen zu Max. Wir müssen zu Max. Alfie wird hier irgendwo wieder auflauern. Safe, safe, safe! Ey, wir müssen zusammenbleiben, ne? Also, jetzt gerade, dass was gerade abging. Ihr merkt, Leute, hier in der Steinzeit, alle drehen komplett durch, weil es ist jetzt hier natürlich, wer Essen oder so hat, das ist schon die Meta. Ey, ich sage auch ehrlich, Jungs, wir müssen wirklich unsere Base auch gut schützen, ne? Ich... Real Talk. Das ist für jemanden wie Alten, der nix hat, das ist da gratis Essen und alles, ne? Warte mal, Max, du, wie viel Leder habt ihr alle insgesamt? Ich hab eins nur. Eins? Kannst du mir das eine geben? Ja. Okay, weil ich kann denn schon mal Schuh craften und ich... Also, will nicht immer von euch tragen? Also, es sind halt nur Schuhe, so. Höh! Achso, das war ein Zombie. Ich dachte... Oder ist doch das Schlauste, oder? Wenn ich direkt mal Schuh crafte? Ja, mach einfach mal Schuhe. Okay, 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 okay. Ja, dann ab... Ah, ich geh wieder in die Base. Okay, ich bin jetzt wieder in die Base und wir haben hier, Leute, ihr seht schon, zack, plus ein Rüstung ist momentan mit das stärkste, was es gibt. Ist momentan mit das stärkste, was es gibt. So, und ich würde auch für Weizenfarm gehen. So, Leute. Zack, genug Holz, äh, genug Kohle hab ich ja. Zuckerrohr. Fackeln. Fackeln, 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 Leute. So. Das Ding ist, ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben. Erstens, wie ihr das Projekt findet. Und, ähm, zweitens, ob ich mit Shader spielen soll oder ohne Shader. Das ist jetzt mit Shader. Ihr seht schon. Äh, oder halt ohne Shader. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Komm, ich werde doch ein bisschen Samen und sowas fahren gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Äh, Ente. Äh, Äh, Äh. Einverständnis in der Base. Alfü. Alfü. Der Ekliger hat unsere Ernte kaputt gemacht. Alfü. Ha, ha, ha. Boom. Hab ihn gekillt. Zurückgemacht. Bro, jetzt wird er die ganze Zeit nerven. Ey, Bro. Wir müssen nicht in die Base gegen solche Leute. Real Talk. Er hat unsere Ernte kaputt gemacht. Ja. Ey, das gibt es nicht. Ey, Mann. Bro, wir brauchen erst. Ich regenerier dich mehr. Ja. Ente. Du musst jetzt Fischefarm gehen. Ich geh jetzt Fischefarm. Aber wir müssen alle in die Gruppe. Ja. Ja, komm, Gruppe. Wir müssen in die Gruppe gehen, falls jemand hier einbricht. Ja, äh, 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 äh. Tag, Gruppe. Ey, du musst wirklich so aufpassen hier mit diesen Ekligen. Bro, was wollen die alle von uns, Leute? Was wollen die alle von uns? Mensch. Leute, wir haben jetzt richtig richtig gute Idee. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Speere. Womit wir jetzt Dinos sammeln. Äh, 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 äh. Wollen jagen gehen wollen. Jungs, seid ihr ready? Wenn wir irgendwie so OP-Zeug von Dinos kriegen, dann wären die hier direkt wirklich die allermächtigsten. Also ich glaub, das ist echt voll wichtig. Ich hoffe. Wir haben uns alle richtig viele Speere gemacht. Lass mal ganz kurz ausschauen halt nach Alphastein. Ob er irgendwo irgendwie wartet, dass wir ganz kurz irgendwie rausgehen. Aber sieht nicht so aus, ne? Das ist aber auch wieder so typisch Alphastein. Ja, er kriegt auch nichts geleistet. Er kriegt nichts geleistet wieder. Das ist wie in jedem Projekt. Statt dass er seine eigene Base braucht, will er immer nur zu den anderen Base gehen und irgendwie die raiden oder so. Wirklich. Er hat noch nie was eigenes gebaut. Okay, wo lang wollen wir? Wo seid ihr? Ja, lauft einfach mal... Einfach mal random. Einfach mal random. Let's go! Einfach mal random. Wir gehen jetzt hier auf Dinojagd, Leute. Das Ding jetzt eben, grad hatte ich irgendwelche schon gesehen. Aber das war auch ganz... Da unten fährt Russack mit dem Boot rum. Okay. Okay. Der guckt uns komisch an, aber ja. Hä? Ja? Ja? Wo bist du hin? Ah, wo bist du? Ich bin durch die Blumen gelaufen. Wo seid ihr? Ah, hier. Hier, durch die Blumen. Hier, hier, hier. Ente? Wie lang? Ja, guck mal. Bleib mal ein bisschen an mir dran. Ja. Ey, wenn gleich das ganze Beet kaputt ist, ne? Ich werd Alphastein jagen. Also... Okay. Oh, du, Mann. Hey, Udi, Udi. Meine. Was ist denn hier los? Was geht denn hier? Was geht bei dir? Habt ihr ein bisschen Essen? Jungs, ich hör hier den Dino. Was, ehrlich? Da vorne Dino. Da vorne Dino. Oh mein Gott, ja, äh, 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 Dino. Hier, Dino, Dino. Hier. Ach, den Jagen, 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 Jagen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob der stark ist. Bro, also wir haben hier unser Territorium. Bro, der Dino ist echt stark, Jungs. Du müsst echt aufpassen. Der ist stark? Ich muss einmal alle Pfeile auf ihn werfen. Ohne, 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 der ist doch nicht so stark. Ja, warte drauf, komm. Drei, eins, geht's go. Uga! 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 Sorry. Ja, ja, ja. Zur Höhle zurück. Warte, oh mein Gott, oh mein Gott, die sind einfach Kühe. Die sind einfach Kühe. Du hast das einfach gecrafted. Place, place, place. Boot eins, boot zwei. Boot eins. Ja, Bro. Die sind da oben. Du musst das doch auch bei der Kuma finden. Ja. Okay. Und, okay. Und, 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 und. Stark, wir haben eine. Wo ist die andere? Okay, jetzt müssen wir nur noch das, jetzt müssen wir das Ding nur noch hier in unsere Base kriegen. Nein, wo ist die andere! Da rechts 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 rechts. Ja boom! Und, 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 ja! Aber, wie kriegen wir das jetzt hier in unserer Base rein? nein wir kriegen in unserer base rein ja 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 ihr wisst das heißt unendlich leder und endlich leder wo lang ins wasser ja wie komme ich hier hoch ente zwei blöcke zwei blöcke breit nein alter 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 bitte 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 ente lauf ente lauf ja er hat zu kura zu gruppen los weiß der oder so der ist weg ich glaube das weg alter was war das denn wo lang hier lang na ente wohnert geht ja da war gruppe ok wer ist ganz kurz die kuh reinbringen oh mein gott so stark bleibt einfach zwei kühe ich weine wir zwei kühe und rein und rein und rein alle unsere probleme sind jetzt geregelt wir haben rüstung wir haben essen dadurch das ist big das wirklich aber warte du musst die tor aufmachen selber auf so und rein und wir haben zwei kühe das ist so big warte muss jetzt nur das ist so ja kann ja hier drin kann ich glaube gar nichts bohren ne ich bin ganz auf einmal sicher ja 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 leute ich würde sagen das soll es bei der ersten folge gewesen sein ihr habt gesehen wir haben kühe wir haben späre wir haben die nuss gekippt haben andere spieler getroffen wir sind jetzt die uga ugas dann aber ich kann man sich darüber noch mal streiten wenn ihr das video gefällt ich kann bei ente und bei allen anderen teilnehmern auch wir sehen uns morgen heute rein